Actionbound ist eine kostenlose App und digitale Plattform zur Wissensvermittlung. Wir nutzen sie in unseren Museen, um digitale Führungen für Smartphones oder Tablets zu entwickeln. Um loszulegen, wird zunächst die App Actionbound auf dem Gerät installiert. Diese ist kostenlos im Google Play Store oder App Store verfügbar. Hat man die App geöffnet, kann man über den Button Code scannen unseren QR-Code lesen und schon erscheint der Bound. Ein kurzer Download und der Rundgang kann beginnen. Ob spannende Fakten und Hintergrundgeschichten zur Kunst oder kleine Rätsel und Aufgaben, die Bounds sind vielfältig und bieten für jeden etwas. Ein großer Vorteil von Actionbound ist auch, dass interessierte Besucher und Besucherinnen die Ausstellungen ganz unkompliziert für sich entdecken können, ohne ein Fremdgerät ausleihen zu müssen. Wir wünschen allen Nutzern und Nutzerinnen viel Spaß in der Ausstellung. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020